Erste Goal! Hallo Kinder! Seid ihr denn da? Wo sind sie denn? Mama! Papa! Kinder! Na komisch! Na ist ja egal! Los geht's! Heute kommt das Theaterstück der Bärenwolf Krokodilostops! Lila! Taps? Ach da bist du ja! Papst du hast gerufen! Was verschafft dir die Erde? Mein Schätzchen! Könntest du bitte Kräuter holen? Aus dem Garten? Ja! Aber gib Acht und spiel nicht mit dem großen Krokodil! Ach Papst! Das mach ich nicht! Gut! Dann bin ich ja beruhigt! Tschüss! Tschüss! Los! Geh schon! Kurze Umbaupause! Heheheh Hmmm! Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lehrt jetzt im Brunnen noch schönes Wasser. Na, du bist aber ein süßer Wolf. Ja. Meine Töchterchen, spiel mit mir. Mein Papa hat nicht gesagt, dass ich mit Wölfen spiele. Los, hol den Stock. Warum denn? Ich hab's das gemeint. Ha, ha, ha. Jetzt muss ich mich trauen, wenn der König kommt. Ja, was ist denn da los? Merina! Ist schwer gelandet? Ist aber zu Ende. Tschüss. Tschüss.